Und damit herzlich willkommen zu Sousra Effect 3 3. Da ist ja noch ne gute Stahl. Und ja, hier sind jetzt noch die neuen Chickens drin. Das, äh, ja, Holz-Chicken, Flint- und Bone-Chicken. Und hier sind meine zwei Kolo- und Eisen-Chickens. Hallo? Hallo, das Eisen-Chicken hat am meisten am längsten gedauert, leider. So, du, du, du. Mehret euch, mehret euch. Ein zweites kleines Eisen-Chicken. Zwölf Minuten ungefähr, neun Minuten. Okay, er ist ja auch ein bisschen jünger. Du sollst wachsen, 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 schneller. Für drei. So, hier haben wir ein paar. Gut, jetzt warten wir erstmal, bis sie wieder wachsen hier und dann müssen wir weiter vermehren. Während der... Oh Gott. Ja, währenddessen wollte ich gerne mal entsichten, verlandene Diamond, Diamond 6 machen. Ah, das... Crafting Grid. Was kostest du? Crafting, crafting, crafting. Gritty, gritty, gritty. Crafting... Nein. Graftingtisch und ein Advanced-Protz. Oh, hab ich sogar. Oh. Hab ich noch ein Holz? Oder sowas in der Art? Hallo. Craftingtisch. Jawohl. Zack. Ja, damit. Zusammengecrafted ganz fix. Und dann hätten wir das auch. Zack. Boom. Aha. Nice. So. Halt ich wohl noch eine Touch. So. Okay. Also. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall mehr Speicherplatz. Und was brauche ich für die Storage-Dinger? Also. Die kosten mich. Eisen. Redstone. Basic-Prozessoren. Und Glas. Vor allem Eisen. Redstone. Und die Dinger. Die werden auch aus Eisen gemacht. Okay. Dann. Wie viel? Ach Gott. Wir müssen mal als allererstes glaube ich das hier reinlegen. Ähm. Die unwichtigen Sachen raus. Zum Beispiel. Nein. Copstone. Sand. Sand. Das. Wolle. Braucht niemand. Bei uns braucht keiner. Das. 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 Raus. 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 Nein. Ist rein. Du. Ja. Das. Obwohl. Das kann man noch brauchen. Sand. Snad. Dirt. Die Dinger. Das. ist schon besser. Okay. Ist nett. Ne. Ist interessant. Äh. Ist auch egal. Ist nett. Kommt hier rein. Das. Rein. Das. Alles das. So. Ich hab hier so ne kleine Kiste für diverses. Da darf das jetzt gerne rein. Ähm. Glas brauche ich zum Craften. Ich brauche. Blouse down. Dies. Das. Jenes. Das. 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 Ähm. Hm. Das. Das. Ja. Was ist denn? Eloy. Das. 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 Ähm. Das sollte ich mal erfüllen. Die brauche ich gerade nicht. Ähm. Das brauche ich. Okay. Brauche ich hier irgendwas raus? Was? Eigentlich. Nicht. Wir haben genug Platz dafür alles. Alles. Nicht ganz. Gut. Was ist überflüssig? So viel Redstone glaube ich. Und haben wir hier. Und haben wir hier wie viel Eisen haben wir hier? Relativ. Hm. Loch im Boden. Hier ist langsam Zeit zum Aufräumen. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Hauptsache wir kriegen massig Eisen nach. Das brauchen wir auch. Und dann. Und dann. Das ist das. Und einen halben Stack. Brate ich mal durch. Einen halben, halben, halben. Ähm. Furnace Mode. Ja. Ich brauche auch noch mal ein Upgrade für die beiden. Das wäre ganz gut. Und zwar. Ähm. Kapazitoren. Ich brauche. Energetic Alloy. Pff. Jawohl. Der Applikatoren-Genießer natürlich war wieder. Ich glaube, wir sind gegen. Gegen. Aufnahmen-Ellergisch oder so. Ich weiß auch nicht. Ähm. Energetic war noch mal. Gold, Redstone, Glowstone. Okay. Gold. Redstone. Glowstone. So. Machen sie mal hinne hier. So. Das brennt noch durch. Und dann brauche ich Silikon. Silikon war, ich glaube, Sand durch die Sackmill. Silikon. Silly, silly, silly. Silly, 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 silly. Entweder Netherquartz brennen oder das da ist Sand. Oh, ich kann sogar kompressen. Das ist nice. Jetzt habe ich halt einmal den Sand weggetan. Gut. Nehmen wir das, was wir hier haben. Zack. Und ab, wenn wir das. Und ab, wenn wir durch die Sackmill. Wie. Natürlich das nicht vergessen. Spupp. Jut. Und Redstone habe ich dabei. Da kann das nochmal direkt hier gepresst werden. Ah, ne, halt. Erst das noch durchpressen. Äh, habe ich hier davon noch irgendwas rumfliegen? Ich habe noch die Dinger. Ähm. Silikon Zeugs habe ich sonst gar nichts. Ich hätte da noch ein Silikon. Das muss auch noch gepresst werden hier. Ansonsten. Ja, alles gut. Genau. Die Speed Upgrades. Die, die, die Speed Upgrades. Okay, add. Refined Storage. Speed. Speed, speed. Sugar Redstone. Und Quarz mit dem, ähm, D-Dingern. Gut. So. Warte, habe ich gesagt? Ach, die Diamant-Dinger. Genau, genau. Ähm. Es wird Zeit für Diamant-Seeds. Alles gut hier? Ja. Wirklich Diamant-Seeds hier. Hier. Und. Hier. Diamant-Hab ich hier noch irgendwo? Das habe ich hier noch drin. Ansonsten. Ja. Okay. Tier 5 Crafting Seeds. Zack, 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 zack. Und andersrum. Diamond Seeds. Tier 5. Booyaka. Booyaka. So, dann. Bitteschön. Mach mir Diamanten. Los. Booyaka. Das Ding ist durch. Hatte ich noch so ein goldenes Teil hier. Ja, daraus kann ich jetzt die zwei Dingens machen. Ich brauche aber vorher noch mehr hiervon. Äh, das und das mit, 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 mit. Klaus. Mit. Sugar und Redstone. Okidoki. Wo ist mein Sugarcane? Okay, wenn wir holen und so ein Sugarcane haben wir euren Hühnchen hier rumfliegen. Hallo. Cut. Meanwhile. Habe ich hier noch zufällig unsere Sitter rumfliegen? Nein. Verdammt. Das wird Zeit für einen neuen Breeding-Versuch. Ja. So. Los. Noch ein Eisenhühnchen. Nun gut. Ich muss wieder die Dinge anbauen. Oh, bitteschön. Unsere erste Diamante. Wow, das geht echt fix. Das gefällt mir. Ja, wow. Mehr Quarz. Wir müssen mehr Sand. Sand, Sand. Ich habe jetzt gerade einmal einen Sand verbraucht. Ja, ne? Ja, toll. Hier sollte eigentlich noch mehr als massenweise Sand drin sein, ne? Ja. Schauen wir das mal hier, ja? Oh. Dann brauchen wir mehr Sousen für mehr Quarz. So. Hier noch alles gut. Ne, hier fehlt die Note. Die Note sind da bis hin. Die Note ist da drin dran. Und die Note. Fehlt auch ein Kabel? Ich glaube schon. So, wir sollen außerdem einen Crafting, einen Verzauberungstisch bauen für ein Verzauberungs-Mesh. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, so, das darf weg. Halt, das muss zurück, wegen Dings noch. Äh, lülülül. Und Flints können in das hier oben mal. Okay. Essen nicht. Ich wollte dringend mehr essen, irgendwie. Egal. Okay. Wobei ich denke, wie ich war dabei, die Speed-Up-Brids zu machen. Aber brauche ich Sugar. Und, let's go. Andersrum. Das dauert wieder ein bisschen. Derweil kann das schon mal rein? Nein? Äh, Mist. Einmal. Schon besser. Zweimal. Jawohl. Dann das und das. Nein. Doch. So. Hier. Zack. Jawohl. Kann man noch... Wie viel passt da rein? Vier, ne? Also noch zwei von denen. Danke. Das nehm ich. Dann... Hier draußen noch ein Weilchen. Äh, dann brauch ich... Kohle-Pulver. Äh, Kohle-Pulver. Habe ich Kohle-Pulver noch? Nein. Machen wir ein wenig. So, Silicon, die Hälfte. So. Okay, also. Kappersetoren. Kappa-Kappa. Kappa-Kappa. Kappa-Kappa-Kappa. Kappa-Kappa-Kappa. Hallihop. Eins, zwei, drei, vier. Double Layer. Zack. Eins. Zubo. Ja. Wir sollen erstmal... Obwohl nicht. Wir können eigentlich was gerade dazwischen. Glowstorm-Block und... Und... Vibrant-Aloy. Vibrant ist... Äh... Aloys weiter. Energetic mit Ender-Perle. Okay. Soll ich 16 machen? Ja, warum nicht? Und Glowstorm. So. Ausweitering Aloys. So. So, so, so. Hier sind wir durch. Gut. Dann zack, zack und zack. Dann brauche ich nochmal... Speed. Oh Gott. So viel davon. So viel, was mit Speed zu tun hat. Äh, ja. Wie heißen die? Speed-Up. Wow, toll. Da ist es. Ähm. Schwupp. Ja. Und, ja. Eins. Zwo. Schwupp. Danke, reicht. Äh, das. Das und... Das. Dann haben wir hier voll Speed-Power. Und dann geht es auch wirklich relativ fix. Also, ist schon eine gute Geschwindigkeit. Im Endeffekt. Zack. Ja, ja, ja. Das wird, das wird, das wird. So, dann. Hm, das und das. Was? Es ist okay. Es könnte besser sein, aber es kann auch schlechter sein. So, das. Äh, weg. Gimme, gimme. N, der Perlen. N, der Perlen. Mach mit. Achso, leuchtend echt eine andere Farbe. Oh, ich bin so ein Held, ne? Manchmal. Ja, da hat sie den Grünschleier vergessen. Nun denn. Shit happens. Shit happens. Mein Gott, das Ding braucht aber auch echt eine Ewigkeit. Heiligsblechle. Dann ein, ähm, Glow-Song-Belach. Schwuppdi-wuppdi-zack. Gehen wir mal jetzt zwei los. Los, los, los. Wartezeiten. Ich hasse Wartezeiten. Äh. Können wir währenddessen schon mal unsere Hühnchen, vielleicht, ein bisschen? Wird toll. Ein zweites Kohlehühnchen wär toll. Komm her. Komm schon. Do it. Naja, immerhin ein zweites Kohle-Chick-Chick-Chick-Chick. Kohle. Gibt es dir Eisen? Nein. Warum nicht? Gibt Eisen, los. Warum? Ich glaube, wir wollen einfach eine halbe Ewigkeit, bis sie Eisen geben. Fühlt hier. Ein zweites Baby, oder? Haben hier schon zwei Eisen-Babys? Eigentlich schon. Da ist es. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Die ist bestimmt schon voll. Nee, ist es gar nicht. Okay. Fleißige Hühnerfabrik. Hier kackfleißig Redstone. Ja. Ach, hier ist mein Eisen. Ah. Gut. Schön. Schön, schön, schön. Ähm, dann haben wir jetzt hier endlich... Ja, endlich. So. Und boom, gleich geht alles drei Milliarden mal schneller. War da schon wieder ein Enderman? Nun denn? So. Du bekommst deinen Strom. Das kann weg. Ähm, Energetic habe ich noch. Und dann kann ich noch einen zweiten. Bei Wien ist überhaupt. Macht das Sinn? So schnell, dass die hier gar nicht werden eigentlich. Hm. Passt schon so? Okay. Bist du fertig? Ja, gut. Also können wir jetzt mal unsere... Äh, mehr Inventar. Ja. Storage. Äh, 4K wäre gut. Nein. Ich dachte 4K. 4. Okay. Ach so, wie kann ich noch dafür? Das ist das Kino. So. Danke. Allee, 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 allee. Okay. Stopp. So, massenweise Silikon. Gut. Hä? Ich habe ja gerade aus neuem Sand keinen einzigen Silikon rausgeholt. Hä? Was ist los? Warum? Haben wir es falsch gemacht? Ist irgendwo ein Hopper dran? Das war jetzt äußerst merkwürdig. Heißt das gerade entweder ganz oder gar nicht, oder was? Das ist... Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Ähm. Niki zurück. Danke. Äh, ja. Gut. Nun denn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gut. Das zusammen... Was fehlt? Du fehlst... Was ist das Zeug? Ist schon wieder alles weg? Ehrlich? Ernsthaft? Gut. Gut. Dann schnapp ich mir das. Und nächste Folge bezaubern wir mal unseren Meshes. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Grü's? Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020